hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play Mario Kart 8 German von mir und wir machen jetzt weiter mit der Trifor Kart Trifor's Carp diese was wir letztes mal gesagt hatten und was nehmen wir da mal Trifor's Carp kommen wir nehmen Link passt einfach dazu ah ah das ist ja das ist ja Linke mit Epona da bringe ich mich nur selber um kommt ihr wollt Blamage sehen oder kommt wir sehen jetzt hier mal ein bisschen Blamage wir nehmen jetzt hier den Eponator wenn ich ihn mal finden würde da Eponator und wir nehmen und dann dennoch so okay okay Trifor's Carp ihr wollt eine Blamage sehen ihr bekommt sie jetzt ja von mir danke fürs einschalten hey achja Eponator ist allgemein zu diese diese Beiges die halt so gleich sofort man drückt nach rechts links ziehen das ist nicht so meins nee und vor allem mit den Strecken die kommen werden das wird ein Fest zeige ich euch Leute ein Fest also freut euch auf ungefähr 12 13 Minuten Spaß und Leiden und Fails und alles naja und los geht's hier mit weißes Goldmini oh jetzt muss ich mir eh oder ich tüfte einfach gar nicht ich meine 200 CCM ist man eh schnell genug aber ich möchte schon gerne driften ja das klingt schon mal gut an mit einer Piranha Pflanze oh ja ein gutes Omen hier das wird noch sehr lustig hier boah hier fliegen schon die bummerangs bummerangs da ich hasse das weil ich halt gewöhnt bin vorher zu driften aber das geht ja mit dem Pikes nicht und das verwirrt mich dann immer so oh ich hab einen Stern okay wir haben sie jetzt nicht getroffen das ist ganz nett boah ich hasse dieses Inside Drift wenn man es so nennt keine Ahnung ich glaube aber nicht so und runter hey ihr wollt Blamage sehen ne von daher Blamage pur na super ich hasse ich glaube ich dürfte einfach gar nicht mit dem Ding das wäre glaube ich das Beste ja ein bisschen driften ne das geht dann schon manchmal man muss sich halt erstmal dran gewöhnen ne das ist halt mal Gewöhnungssache leh und oh das war sehr gut cool hier nochmal ein Pilz eingesetzt wo ist der Erste ach wir sind Erster wie haben das denn gemacht alter Vater wir sind Erster Leute cool äh das war jetzt ein Kehl ne das war okay war okay aber wäre fast zu früh wäre gewesen aber ging ging klar doch ja wir hatten dafür Usulian für Schwierigkeiten ah sie hat ein Bullet Bill bekommen schön so boah wir haben jetzt richtig Vorsprung rausgehauen hier ausgefahren cool ah ist okay passt soll ich nochmal drehen cool dann gehen wir nochmal lang einfach so aus Lust und Freude und das war's cool Erster hätte ich nicht gedacht muss ich sagen aber wenn man sich halt dran gewöhnt dann geht das halt nach einer Zeit wie alle Sachen wo man denkt oh das ist neu ah das kann ich nicht werde ich nicht können und dann irgendwann kann man's halt ne gut so dann kommt ja jetzt jetzt kommt der nächste lustige Streich SNS Regenbogen Boulevard hey Spaß 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 oh ne aueueueueuu das wird jetzt richtig ein Fest Leute boah ne Strecke ohne Barrieren maß'n Spaß sagt halt schon oft Spaß ne aber naja es ist halt lustig ne so und wirft nehh war okay das ist ja da hab ich zu viel gewollt zu viel riskiert zu viel verloren naja gut drei plätze ein gut ist er hat mir das erste runde kann alles noch passieren ok ja schon wieder den fehler gemacht ist nicht geil da kommt ein stern da ist irgendwo ein stern da ist der stern mittelmai ist das auf der 1 oder guten vorsprung schon krass dass das dass ich das überlebt habe ich meine man kommt ja man ist dadurch halt sehr schnell mit diesen diesen art mit dieser art von bikes aber man muss es halt auch können wenn man es halt nicht kann dann kann man es nicht ja das ging okay wo wir erst so cool ist das wäre schon fast zu früh gewesen habe ich noch mal ein bisschen gegen gestört haben wir unsere pilze verloren oder einen pilz hat mir nur noch der stand wunderbar oder kugel wir haben gesehen alle würden es ja nichts tun ich dachte der würde noch mal hochgehen aber war das ordentlich das mit mario roter panzer geil kriegen wir ihn wir kriegen ihn geil und erster cool hätte ich nicht gedacht richtig geil richtig richtig geil schön schön ja ne dann nächstes rennen hätte ich nicht gedacht zweimal erster ja gut da war wir jetzt mal auch so zweimal erster und jetzt werden wir wieder so ein bisschen ablosen würde ich sagen und jetzt müsst ihr ja jetzt kommt ein es ist auspaust da halt mein lieblings strecke also ich fand die geil polarkreis parcours ich weiß gar nicht warum die so als die schwächste strecke angestellt wird ich kann es nicht verstehen ich finde die cool ich finde die echt geil muss ich sagen naja dann wollen wir mal also ich hier mit dem kuchen auch wäre sehr lustig werden ich glaube das bei jeder strecke ist so grüner panzer naja da ist vom wohneren kriegen wir die ja auch zu viel verlangt gewesen für den anfang ja das echt zu viel gelangt gewesen verlangt nicht erlangt da habe ich schon wieder zu fangen nicht rausfallen da danke cool ja manchmal drifte ich wieder zu früh manchmal zu spät das gefällt mir nicht so ganz das müssen wir noch lernen ein bisschen besser ja cool das haben wir auch ah ok schön hier aufpassen weil hier gut man kann zwar hier nicht rausfallen so schnell aber trotzdem die kurven sind halt doch ein bisschen eng vielleicht wie das hier halt wenn man so hoch fährt hier ne da bin ich jetzt zwar auf die andere spur rauf gefallen aber das ist nicht so schlimm da gibt es dann wenigstens so einen abstand zwischen den beiden aber daher kann man aber schön von links und rechts immer wieder schön wechseln und das gefällt mir an der strecke halt auch so dass man mal so wechseln kann zwischen den beiden das gefällt mir echt gut muss ich sagen und somit sind ja immer gleich die strecken äh dieser abschnitte grün und gelb das passt echt gut muss ich sagen äh die leute sind aber ganz schön weit weg muss ich sagen was ist denn da los alter leute wir sind schon wieder hier auf platz nummer 1 krass gut ja da waren leute wo die waren ey das ist wow ich werde euch nicht mit eponator noch drei sterne willkommen oder leute ich habe euch blamage versprochen was ist denn hier los oh man naja dann fahr ich halt mal gut das ist ja auch schön hm hm so jetzt kommt hier noch high world socket high world piston mit dem masterschwert in der mitte und den rubinen rundherum und dem masterschloss äh masterschloss high world high world schloss natürlich masterschloss oh man gut dann waren wir auch mal hier und los geht's hier sehr viel Spaß mit geiler musik und geilen rubinen und wir bekommen einen roten panzer toll wollte ich schon immer mal haben er hat sich gefreut der link schön so hier nochmal fliegen ok ok und kurve irgendwie ok das war wohl zu spät gewesen bisschen schade aber ok masterschwert ist ein bisschen nicht aufgegangen beziehungsweise die rampe die nicht aufgegangen ist und jetzt fahr ich hier wieder käse weißt du auf der heimstrecke von link hier fahren wir käse ja gut jetzt kürzen wir hier mal ein bisschen ab ne hätte es sonst nicht gelohnt da und wenn wir hier schon so weit auf dem graster waren sind wir einfach mal abgekürzt ne warum nicht kann man ja machen so heimstrecke und wir verlieren das kann ja nicht angehen leute so hier 3er rot ja super toll wie viele rubinen hier liegen alle haben hier alle haben hier link mag er rubine wie wir alle wissen da kann er nicht genug von bekommen ich wäre nur lustig wenn sie hier noch 2er und 5er rubinen eingebaut hätten aber ich würde es nur 10 spielmünzen was es mal gibt hier in Mario Kart 8 na lohnt es sich dann auch nicht so wieder die rampe nicht offen oh ist doch doof aufpassen ei 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 ich bin echt zu schnell unterwegs aber die strecke ist nicht wirklich so für 200 ccm ausgelegt kann aus sein was ja teils echt der fall ist dass die strecke nicht wirklich so für 200 ccm ausgelegt ist man kann sie zwar fahren aber man merkt zu teils manchmal ist man zu schnell und so und merkt man manchmal ja toll bin ich reingefahren na komm hier pilz bisschen bremsen hat auch nichts über toll wunderbar so hier in der pflanze oder das ding auf das ding ist auf das ding ist auf das ding ist auch und wir fahren nicht drauf drauf toll 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 ok hier verlieren wir diesmal also heißt hier im klima einen schlechten platz aber auch ich rede mal nahe als 15 sehr großzügig spiel würde hallo dürfte danke muss schon dürften sonst doch okay wir gehen als siebter durchs ziel einverstanden einverstanden die ganze zeit erster und auf der heimstrecke verlieren wir schade naja machst nix ok aber trotzdem erster und dann schauen uns jetzt noch die highlights an und dann war es schon wieder so schnell kann es gehen leute krass die schnelle zeit wird auch vergeht so die highlights na wo sind sie denn wo sind sie die schönen highlights und mal entspannt aus welcher steil sie sind und da fangen sie an aus er ist der nächste ring und buddard da der baby mario metal mario und mit so genutzt wie er mich überholt der wollte uns die bewohnerin irgendwie gar kein mund hatte sagt creepy aus egal vielleicht aber ans perspektivisch nicht gesehen kann ja auch sein ne soja das war's denn auch schon wieder leute von let's play my god of the german in dem triforce cup und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder mit dlc 2 und dem war oben glocken cup oder war morgen der quasi oben der crossing cup äh naja ein von dem heiden wird sein ich meine oben war der crossing cup also sehen wir uns wieder beim nächsten cuppartner super schön und bis zum nächsten mal wieder ciao ein jashi tendo